und hallo und herzlich willkommen zu agrarian sky 2 ja in der letzten folge haben wir aber es geschafft mindestens ein bisschen er produziert hier schon mal ordentlich lava wir brauchen aber noch clay und bonemehl aber wie sollen wir da die energiequelle herkriegen da habe ich mir was überlegt nämlich wir nehmen ein ach was mache ich da so ein lava fabricator da oben haben wir denn da brauchen wir blaze road und obsidian hier das kann was werden obsidian wir haben zweimal obsidian wir haben aber jetzt ja unsere schöne lava quelle da unten und hier oben richtig es wird ziemlich schnell gehen zwei wir brauchen zehn ich glaube ich das jetzt so mache und grebe raus ja einmal abhauen aber ein hallo fischi aber das ist so geil dass wir die letzte folge bekommen haben wir einsammeln hat er irgendwas geflutet nein gottse dank nicht oder nein alles safe alles safe du kommst hier wieder rein ich glaube ich nehme mache mir noch ein 1 2 ja doch gleich stück einmal für die lava und die zwei einmal für wasser und die zwei für die lava damit ich nicht immer wieder hinten laufen muss nicht so viel bekomme so mehr und noch einmal aber oh man ich bin schon so nervös wegen der hölle bin echt gespannt was auf uns zukommt in der hölle dreimal fünf mal noch fünf mal das ganze ja geht leider nicht anders und das lava passt auch genau für fünf mal einsammeln du kommst her und einsammeln so dann haben wir 7 8 9 und gleich nur noch einmal und dann können wir ins nether starten nehmen weil ohne blaze kommen wir auch nicht weiter ich hoffe zumindest man kommt ja auch ins nether ohne probleme so 4 9 2 3 3 sind 7 ich glaube sogar 9 reichen müssten eigentlich reichen aber nun mal sicher machen wir jetzt nur ein wenn ich schon dabei bin okay ich hätte jetzt auch diesen und da haben wir die zehn stück wo bauen wir es am besten erst mal hin da soll noch die baumfarm hin dann bauen wir das einfach hier hin du kommst her du auch wo 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 ach ich kann doch einfach hier was aus der kiste nehmen jetzt schadet ja nicht okay skyblock einfach das ich hätte auch jetzt skyblock nehmen können warum alles so kompliziert machen wenn es auch einfacher geht und zwei stück noch daran damit das portal sich auch aktivieren kann jetzt nur aufpassen ich habe jetzt noch keine rüstung wir haben auch kein sich gerade kann ich nicht eigentlich einmal schmelzen lassen genau dann haben wir wenigstens wieder ein bisschen kann man her wenigstens ein paar 1 2 3 4 5 6 7 8 noch in elf zwölf und ich muss einmal ganz kurz unterbrechen und da bin ich wieder ja tut mir leid für die kurz unterbrechung aber ihr kennt es ja privat privat und noch mal privat ich musste einfach nur eben ganz schnell was privat regeln ich habe hier noch ein paar zäunchen die werde ich jetzt erstmal hier vorsetzen weil wir wollen ja nicht böse empfangen werden hier okay ist jetzt hier noch ein hin so und so jetzt brauchen wir iron leute wir brauchen iron und mir voranzukommen das ist schon mal schön weil wir ohne rüstung gehe ich nicht ins nähe sei ein negativ ach egal wir gucken was die schöne maschine macht ich muss das muss mich da auch langsam mal dran setzen und das alles automatisieren iron da kann ich hier ein hinsetzen dann habe ich auch noch mal vier so hoffe das iron reicht für komplette rüstung ah essend i'm hungry oh bist du elendig verdeckt oh nein natürlich es bedauert mich zutiefst oh nein fisch ist tot nein nein scheiß drauf so kann ich eigentlich einen goldenen apfel braten lassen jeder geht das schon mal rein aber da passiert nichts kann ich möhren braten nein weed kann ich auch nicht braten aber wir haben hier erstmal ein bisschen was zu essen glaub für nesa nehme ich mir auch noch zur not wenn wir gold da haben einen goldenen apfel mit oh du kriegst so wenig essen okay du kommst hier hin ah passt leider nicht oder brauche ich nur einen goldenen apfel i don't know das probieren wir einfach mal ne wahrscheinlich brauchen wir mehr okay iron sieben stück da können wir uns glaube ich schon eine brust nein uns fehlt noch eine ich schaue mal ganz kurz was nach wir haben tinkers nein wo ist das schöner nein auch nicht wir können ja eigentlich in derzeit wenn das eisen hier durch das war schon mehr iron war da nicht drin kann doch nicht wahr sein so füßle dann haben wir wenigstens schon mal zwei sachen ey wir haben echt nichts mehr was ist denn jetzt los okay was können wir jetzt noch machen aus gold ist schlecht dann nehmen wir diamanten kriegen wir diamanten kopf und eine diamanten hose dann haben wir wenigstens gut power also schutz gegen power diamanten kommen dahin haben wir noch zwei iron nein wir brauchen wirklich noch iron pulver plantinium gold wir brauchen iron komm her ich gehe mir ins deck hier hole ich die scheiße da rein und dann geht das du kommst her du auch zack zack geht das ein bisschen schneller weil für den upgrade brauchen wir wieder ich glaube upgrade da brauchen wir zuvor war das ne ja was gibt es denn jetzt für mehrere upgrades naja ich habe das hier geupdatet da unten ingmar und elektron und hier brauchen wir zuvor aber wir gehen ja in den nesl 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 iron einmal komm das geht noch ein bisschen schneller enttäuscht mich hier nicht dann kann da schon mal rein der kann da oben schon mal so brutzeln bedacht mich echt wie das geht äh rifles maschine keine ahnung gearbox was steht hier ich habe keinen plan warum das nicht geht seht ihr schon wieder ein emerald das ist hier das ist hier wunderprächtig ziemlich wunderprächtig würde ich sogar sagen mach doch mal ein bisschen schneller bei der bau beim komm schon so irgendwas brauchbares wahrscheinlich nicht redstone bekommen wir okay iron haben wir jetzt vier mal wir brauchen iron zweimal komm her komm her ah oh ja wir haben iron und wir machen uns ein ui hey oh danke ich leise mir mal aus wir brauchen nämlich flint und iron hier kommen die restlichen sachen rein so wir wollen im nether nein das machen wir jetzt wirklich wir gehen echt ins nether und not nehme ich hier noch zwei stück von die crocs können hier hin das reed kann hier hin zwei habe ich da leute mir ist so warm das ist so mega 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 ätzend wo waren jetzt zwei diamanten so 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 like not was bitte ladies and gentlemen wir müssen pinkers construct benutzen oh das ist aber jetzt blöd okay ich schaue mal eben was wir dafür machen können so wir was brauchen wir denn weil wir haben noch das einfache so und fair damage high capital low okay weil am bogen ein long schwert okay wir machen uns ein lang schwert kann ich jetzt glaube ich gar nicht okay wir brauchen einmal das 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 was steht denn da hinten das hier auf der rechten seite ich glaube das für armbrust und so wir brauchen das wo haben wir klein groß wie sieht es aus aus wie klein das ist groß gold haben wir komm mal her drei stück da rein wir müssen uns ja die platten dafür machen sonst können wir können wir da nicht äh sonst können wir da nichts mit anfangen komm brutzel mal ne runde schneller mein freund wir haben noch keine zeit in der zeit brutzelt der hier der hat das hier schon runter gesiebt das ist super das freue mich hier noch mal rein dann hole ich noch mal cobblestone dann läuft es würde ich sagen oh man ich sage ziemlich oft würde ich sagen na was würdest du denn sagen ja genau das gleiche zertus diamanten können erstmal hier hin ok überstauen kommt hier oben hin natürlich hast du mir wieder kein strom mensch 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 es geht einfach nicht komm her komm beeil dich mal ein bisschen es geht noch ein bisschen schneller hier wir wollen ja auch was machen ne ich renne jetzt einfach mal das war schon wieder blöd von mir dass ich renne als hätte ich ja so viel essen hier dass es geht komm her das dauert mir zu lange hole kommt da rein und wir schauen mal in der zeit ob das fertig gebrutzelt ist ah gut dass ich das doch noch nicht gemacht habe ich hätte es fast falsch gemacht so du kommst weg einmal das einmal das einmal das das ach wenn es schief gehen soll dann soll es aber richtig schief gehen so die plane haben wir schon mal hierfür das wollen wir schon mal hier unten hin dann kommt das wie viel haben wir hier noch kein gold mal rein jetzt auch nicht das reicht nicht ah obsidian ja ich mach die klinge aus obsidian müsste hinhauen wenn wir obsidian eigentlich auch schon mal einschmelzen was nehmen wir dann noch dann noch ein teil aus so bronze komm her komm her eben das fertig machen so und dann brauchen wir noch wo ist das kleine teil man ist das klein wir haben schon wieder wir haben schon wieder wenn es schief gehen soll dann aber richtig mal gold du kommst du kommst hier wieder rein wir brauchen noch gold jetzt muss ich nur aufpassen obsidian ist jetzt hier drin schade 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 ich dachte das wäre wirklich so genial dass wir einfach diamantschwert nehmen können und ab rein damit und wir sind schon wieder in der länge und wir sind schon wieder in der länge nein das schwert machen wir noch fertig sehr traurig wenn wir es nicht hinkriegen und die beiden sachen mache ich dann halt aus bronze die klinge und das so die klinge kommt jetzt aus obsidian hey hey körper right obsidian ist doch richtig warum geht das nicht kann ich denn das wenigstens ob sagt das geht das geht ne du bist mir einer ok erster teil haben wir fertig warten wir jetzt einfach mal bis bronze fertig ist dann machen wir die klinge aus bronze ja das klappt das sieht ja gut aus und ich glaube echt dass wir das hier brauchen gucke ich mal ob ich das nochmal auch aus bronze mache die klinge und wo ist das schöne schwertchen da ist das zack 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 longschwert bitte schön wärs aber ich muss glaube ich das kleine nehmen ja hätte ja klappen können jetzt haben wir natürlich auch kein körperstone mehr man 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 komm her ne wir machen das noch fertig ja ist mir egal ich tue ich habe gesagt ich mache was zu ende also mache ich das auch so die ich schon mal nicht brauche die kommen hier rein und stone lege ich hier vorne hin der kommt ganz hier vorne hin und wir wählen gold aus damit wir da auch direkt eine goldene platte von bekommen den schmeiße ich schon mal weg weil das ist ja aus versehen passiert vielleicht sieht das jetzt aus obsidian noch lalalala und wir haben unser erstes schwert fertig ah wie geil sogar mit rückstoß naja wir sehen uns gleich wieder wir sind jetzt schon mal equipt haben ein schwert und was ist gleich bis in der nächsten folge chau chau